Jo Leute, damit willkommen hier zu einem neuen kurzen Video und in dem Video soll es darum gehen, wie ihr drei gratis Sachen bekommen könnt. Und da bin ich hier auch schon auf der Epic Games Seite und wir sehen auch schon Fortnite Hochstapler Prüfungen. Und durch diese Prüfungen bekommen wir dann diese drei Gegenstände hier. Also einmal so ein Spray Motiv, dann einmal so eine Lackierung und eine Moticon. Und ja, wir müssen einfach den Hochstapler Modus spielen, um dann diese tollen Melonien zu bekommen. Wichtig ist aber, dass wir hier auf die Seite gehen und uns anmelden. Also einfach mal hier auf Einloggen klicken und ich würde sagen, das mache ich auch ganz kurz einmal. So, kurz mit dem Epic Games Konto einloggen und da sind wir auch schon willkommen und jetzt können wir einfach mal auf Los geht's drücken. Und wir haben auch schon direkt das erste Abzeichen bekommen. Sehr, sehr nice. Und somit auch direkt die erste Belohnung, das Spray Motiv. Und darunter stehen dann noch die weiteren Belohnungen. Wie gesagt, einmal eine Moticon und eine Lackierung kriegt man dann ganz am Ende. Und wir brauchen dafür einfach weitere Abzeichen. Und die Abzeichen kriegen wir ganz einfach, indem wir den Hochstapler Modus spielen. Zwei Spiele, gibt auf jeden Fall ein Abzeichen. Also einfach die Runden zocken und dann kriegt ihr hier auf jeden Fall die Belohnungen. Man kann darunter auch hier die Statistiken glaube ich abrufen und ja, mehr muss man dazu gar nicht sagen. Das Ganze geht noch knappe elf Tage. Und zockt einfach zusammen mit ein paar Kumpels den Hochstapler Modus und schaltet euch hier die Sachen frei. Ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Der Hochstapler Modus ist hier auf jeden Fall noch am Start. Das ist ja eigentlich so wie Among Us und ja, ist sehr, sehr cool. Und ich würde sagen, das war es eigentlich auch schon zum kurzen Infovideo.